Während jetzt, wann, dann. Genauso wie ich aktuell verschiedenen Firmen helfen, ihre Geschäftsstrategie zu entwickeln, ist auch jetzt genau der richtige Zeitpunkt als in einer eigenen Strategie zu arbeiten im Bereich Weiterbildung, um sich für die Zeit nach Corona sauber zu positionieren. Das zum Beispiel im Bereich Marketing und Kommunikation im CES von Stefan Vogler, wo ich zum Thema Digitalstrategie und Content Marketing unterrichte und das mit vielen Cases untermalen. Ich hoffe, ich sehe Sie dort.